Ich singe jetzt mal eine Strophe von There's a fire starting in my heart in verschiedenen Interpretationen. Jetzt singe ich das mal ganz normal erst mal. There's a fire starting in my heart. Neutral. Jetzt singe ich es mal ganz happy. There's a fire starting in my heart. Jetzt singe ich es mal ganz traurig. There's a fire starting in my heart. Das ganze klang so ein bisschen schwerer, ein bisschen träger. Jetzt singe ich es mal ein bisschen wütender. There's a fire starting in my heart. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Euer Lieblings-YouTube-Gesangscoach ist wieder am Start. Und ich helfe dir so singen zu lernen in kurzer Zeit, dass selbst der Dieter dich direkt zum Recall und ins Finale schickt. Deswegen zöger nicht. Schau mal rein bei TanjaLadyVocalStudio.com Dort sind mega coole Reviews von meinen Schülern, super coole Bewertungen von Müttern. Und es hilft dir so viel mehr als nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Viel selbstbewusster, viel selbstsicherer. Und glaub mir, der Unterricht rockt. Diese Tipps sind mega wichtig, damit du ein erfolgreiches Cover singst. Und damit du nicht nur am Ende dastehst und nur den Künstler promotest, dem das Lied eigentlich gehört. Nummer 1 ist Individualität. Es muss so individuell wie möglich sein. Denn am Ende hast du auf YouTube, wenn du das Cover hochliest, nichts davon, weil du teilst ja die Einnahmen. B. Promotest du ja eigentlich immer wieder den Sänger damit. Jedes Mal, wenn du singst, dann vergleichen die Leute auch und du promotest den Song auch. Das heißt, es muss speziell und individuell sein. Baut AdLibs ein. Ja, baut zum Ende in den Strophen AdLibs ein. AdLibs sind kurz interpretierte Phrasen, laute Vokale. Dazu habe ich ein extra Video auf meinem Kanal. Und da dreht es sich ganz speziell um AdLibs. Schaut da auf jeden Fall rein. AdLibs durchweg. Entweder im ganzen Song oder zum Ende hin im Song. O's, A's, Jays, Sätze. Bei einigen Songs passiert ja zum Ende hin nicht mehr so viel und der Song wird monoton. Und damit man diese Monotonie so ein bisschen bricht, versucht man jetzt so Eigeninterpretationen einzubauen. Das kann jetzt mal ein Riff sein oder ein Run oder ein Bounce oder eine richtige High Note. Das können verschiedene Akzente sein, die du da reinbringst. Vielleicht bist du ja die Riffkönigin oder du bist die Vibrato-Queen, weißt du, und kannst super tolle Vibrato-Sachen machen. Also, versuch zum Ende hin, den Song aufzupeppen mit AdLibs. Nummer 2 ist Tempo-Veränderungen und Melodie-Veränderungen. Es macht schon eine Menge aus, wenn man Dinge entschleunigt. Denn plötzlich gewinnen sie an Gewichtung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Rolling in the Deep in einer Akustik-Version spiele oder in einer Piano-Cover-Version, verändert sich die ganze Dynamik des Songs. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt, weil normalerweise folgt es ein bestimmtes Tempo und der Sänger ist gezwungen, in diesem Tempo durchzusingen. Das kann anstrengend sein. Und deswegen, wenn du mal versuchst, das auf Gitarre zu singen, merkst du, du musst eine ganz andere Atmungskontrolle benutzen. Ja, Breath Control. Oder du musst ganz anders jetzt Dinge phrasieren, musikalisch. Das fällt einem erst auf, wenn man plötzlich das Tempo verändert. Das heißt, schau auch da nochmal, dass du jetzt zum Beispiel von Rolling in the Deep anstatt das Rolling in the Deep mal so eine akustische Piano- oder Gitarren-Version nimmst. Es wird plötzlich ganz anders aufgehen und es wird richtig geil klingen. Glaub mir. Der nächste Tipp ist deine Stilistik. Ja, weil einfach nur das Ganze so zu singen in Abfolge, wie sie das singt, jetzt nehmen wir weiter mal Adele als Beispiel, es ist langweilig. Sag ich dir jetzt ganz klar, es ist einfach langweilig. Und mittlerweile sind wir im Jahre 2020 und man muss gucken, dass man ein bisschen Veränderung mit reinbringt in den Song. Das heißt, dein persönlicher Stil ist jetzt echt gefragt. Was macht dich individuell in der Stimme? Hast du einen geilen Vocal Fry? Benutzt du Growlings oder Distorted Sounds? Bist du, wie gesagt, Vibrato, High Nodes, Riffs, alles mögliche. Es gibt eine ganz große Palette an Stimmenfarben und Stimmenklängen und für dich ist es wichtig, jetzt zu gucken, was ist mein Hauptmerkmal, was ich mit einbringen kann. Analysier mal immer Sänger und schau mal, was machen die? Was bringen die an Akzente mit rein? Ist das eine bestimmte Vokalmodifizierung? Wie Adele? Sky, folk, crumble. Das ist eine bestimmte, ich übertrage jetzt natürlich wieder voll, aber das ist eine bestimmte Art von Vokalmodifizierung. Wen haben wir denn da noch? Den man dann mal so eine Sia. Sia bringt immer diese Cracks mit ein. Auch sehr individuell. Und wir gehen jetzt mal in den aller, 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 allerwichtigsten Punkt. Und den finde ich fast sogar noch viel wichtiger als alles andere. Und ich müsste jetzt eigentlich einen Schluck Wasser nehmen, weil meine Stimme so ausgetrocknet ist. Ich habe heute auch wieder 500 Milliliter Kaffee getrunken. Das ist doch nicht normal, oder? Naja, okay, lassen wir das jetzt mal sein. Deswegen mein Mund ist total wahrscheinlich... Also, mega wichtig. Und dazu habe ich auch ein Video. Mit Emotionen singen. Aber nicht mit einer Emotion den ganzen Song durch. Das ist boring. Ja, kein Mensch singt einen Song nur mit einer Emotion durch. Du musst jetzt mal Textfriemelei machen. Du musst dir mal strophenweise erstmal den Text übersetzen. Viele haben immer noch Probleme mit der englischen Sprache und müssen diesen Teil übersetzen. Aber auch wenn man das übersetzt, versteht man ja die Interpretation manchmal nicht. Ich denke auch manchmal, Mensch, das ist ja aber auch ein Wirrwarr. Ich habe natürlich Glück gehabt, weil ich habe in Amerika gelebt. Diesen Slang, den sie da benutzen, diese Metaphern, die sie benutzen, das ist mir alles erst später klar geworden, wo ich im Ausland gelebt habe. Wo mir das dann schon... Ja, wo ich ein Verständnis dafür bekommen habe. Weil man muss es dann ja durchfriemeln. Schau es dir an, Strophe für Strophe. Was sind dort für Emotionen, die du interpretieren kannst? Was bedeutet das? Du kannst auch Sätze in verschiedenen Emotionen interpretieren. Ich singe jetzt mal eine Strophe von There's a fire starting in my heart in verschiedenen Interpretationen. Jetzt singe ich das mal... Ich singe es mal ganz normal erstmal. There's a fire starting in my heart. Neutral. Jetzt singe ich es mal ganz happy. There's a fire starting in my heart. Jetzt singe ich es mal ganz traurig. There's a fire starting in my heart. Das ganze klang so ein bisschen schwerer, ein bisschen träger. Jetzt singe ich es mal ein bisschen wütender. There's a fire starting in my heart. Jetzt hast du vier verschiedene Versionen von dem ersten Satz gehabt. Deswegen ist es für dich wichtig, als Sänger zu schauen, wie interpretiere ich einen Song. Oh mein Gott! Wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch mal am besten rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Sorry, Eigenwerbung muss einfach sein, weil der Unterricht ist geil und glaub mir, du wirst davon profitieren. Schau mal da am besten rein. Wir haben auch die starke Stimme Academy Mitgliedschaft. Sowas gibt es in ganz Deutschland nicht. Ich hab schon geguckt, glaubst mir. Und zwar, das ist der einzige Mitgliederbereich, wo du Tipps bekommst, Tricks bekommst, Blogartikel bekommst. Du bekommst halt Videoübungen von mir und du bekommst auch Betreuung von uns und meinem Team. Das heißt, also ganz ehrlich, also mehr geht nicht. Ja, aber du musst auch ein bisschen in die Tasche greifen, weil ich mach das nicht alleine, sondern mit Hilfe von unserem Team und das muss ja letztendlich auch bezahlt werden, damit wir euch einen guten Service angeben können. Das ist dann auch schon sein Preis wert. Das kann man definitiv sagen, Leute. Meine Produkte. So, meine Lieben, ich sehe euch im nächsten Video. Ich bin auch auf Instagram und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende kommendes. So, tschüss, tschüss. Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten, das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter 1. 3.